Soulmates Princess, kuschelig und weich stylen, macht Spaß. Probier viele tolle Frisuren an ihrer langen Mähne aus. Mit der pinken Strähne, der Stylingbürste und den Haarclips entstehen immer wieder neue Frisuren. Hab Spaß und sei mit deinen Freundinnen kreativ. Soulmates Princess, für ganz viel Frisierspaß. Sie ist eine super weiche Kuschelfreundin. Drück ihren Huf, dann macht sie Galoppiergeräusche und wirt. Soulmates Princess, jetzt neu von Niki.